Du musst mir helfen. Es ist ein Spiel für nachher. Für in 15 Minuten beginnt der Unterricht. Kann ich neben dir sitzen? Klar kann ich tun. Hey, halt! Clara! 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 Clara, ich hab einen heißen Wangen. Ich hab nichts gemacht! Dann mach hier was! Halt! Steh auf und küsse das Mädchen, das du am liebsten magst. Wollen wir schon mal?